Nun wird es sehr emotional, sehr besinnlich, meine lieben Freunde, nah und fern im In- und Ausland. Ja, die Musik und der Text beschreiben heute eine wehmütige Situation am Weihnachtsabend, an dem Träume der Erinnerung auf die Reise gehen. Roy Black, der unvergessene deutsche Sänger, der leider viel zu früh verstarb, verlieh dieser Komposition seine ganz besondere Note, Vollgefühl und Innigkeit. Den Text zum Nachempfinden habe ich unten notiert. Und das Stück heißt Weihnachten, Weihnachten bin ich zu Haus. Das Stück heißt Weihnachten, 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 prêt, Neuw, Hermann. 144 70 00 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Komponist, Textschreiber, Arrange, Dirigent und Pianist, Werner Twordy, schrieb dieses zu Herzen gehende Weihnachtslied. Auch unter dem Pseudonym Daddy Monroe war er bekannt, doch leider wurde der talentierte Musiker nur 51 Jahre alt. Fröhliche, fröhliche, unbeschwerte, aber auch harmonisch besinnliche Weihnachtsfeiertage wünsche ich euch allen, meine liebe Freunde, mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus, bis zum nächsten Mal.